Für iPhone, iPod und iPad. Diese In-Ear-Kopfhörer besitzen große 13 mm Treiber und verwenden den innovativen Doppelkammermechanismus. Der sorgt für eine bessere Basswiedergabe, ohne die Mitten- und Höhenwiedergabe in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Fernbedienung mit Lautstärkerregelung und integrierter Mikrofon ist speziell für iPhone oder iPod entwickelt und erlaubt die Songauswahl oder auch Aufnahme von Sprachnotizen.